Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ein Infovideo. Also ich werde heute mit einem Projekt anfangen. Genaueres werdet ihr sehen. Wahrscheinlich werde ich noch heute anfangen. Heute wird vielleicht sogar noch die erste Folge kommen. Das weiß ich noch nicht. Da wird kein Intro kommen, da ich habe ein neues Schneideprogramm. Endlich mal. Und deswegen wird die Folge vielleicht auch etwas anders. Und ich plane eine kleine, also noch eine Serie. Und ich finde es eigentlich eine ganz witzige Idee, die Sende, die Serie, weil... Ich wüsste was, lass dich überraschen. Also ich würde mich sehr überfreuen, wenn ihr mal auf meinem Kanal vorbeischauen, wenn es rauskommt. Ich sage euch, es wird einfach nur witzig. Okay Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao!